Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Krypto. Krypto Beats, Wall Street vermarktet Bitcoin für uns, 3, 9 Februar. Seit ich 2012 begonnen habe, über Bitcoin, BTC, zu berichten, hat sich viel verändert. Ein Markt, der einst in die hintersten Ecken des Internets verbannt wurde, hat nun eine globale Revolution hervorgebracht, die Unternehmen und Regierungen gezwungen hat, sich eine Meinung zu digitalen Vermögenswerten zu bilden. Jetzt schaltet sich die Wall Street ein, wobei Analysten großer Banken zunehmend davon überzeugt sind, dass Krypto eine reifende Anlageklasse mit langfristigem Potenzial ist. Das war die allgemeine Erkenntnis aus einem neuen Bericht der Forschungsabteilung von Wells Fargo. Die optimistischen Untertöne des Berichts sind wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie große Banken Bitcoin vor nur wenigen Jahren behandelt haben. Vielleicht haben Sie gelernt, sich nicht an Jamie Dimon zu orientieren, dessen JP Morgan Chase 2020 wegen massiver Geldwäsche geoutet wurde. Aber sagen Sie mir bitte, warum Bitcoin so gefährlich ist. Das Crypto Biz dieser Woche untersucht den Bericht von Wells Fargo und andere Geschäftsgeschichten aus der Welt der Blockchain. Um eine vollständige Aufschlüsselung der wöchentlichen Tab News zu erhalten, melden Sie sich ganz unten auf der Seite für den Newsletter an. Verwandt, Binance investiert 200 Millionen Dollar in Forbes, um das Wissen der Verbraucher über Bitcoin zu erweitern. Wells Fargo, Kryptoakzeptanz könnte bald einen Hyperwendepunkt erreichen. In einem Bericht mit dem Titel Kryptowährungen zu früh oder zu spät, Wells Fargo, der am Montag veröffentlicht wurde, beschrieb die Vorzüge von Investitionen in digitale Vermögenswerte und ging soweit, Bitcoin Anfang bis Mitte der 1990er Jahre mit dem Internet zu vergleichen. Während dieser Vergleich normalerweise zu einer Empfehlung zum Kauf digitaler Assets führen würde, sagte Wells Fargo, dass es keinen Grund für ein FOMO in den Markt gibt, da der Bereich relativ jung ist und viel Raum zum Wachsen hat.